Ready. Gut, so. Ähm... Also was wollten wir? Wir wollten Waffen herstellen. Ja, schau mal, ob du vorhin, bevor der Abbruch bei dir war, jetzt alles hast, du musst eine Schaufel haben. So, und jetzt... Also wir gehen jetzt momentan nicht in eine Höhle. Ich würde sagen, wir müssen erst mal schauen, dass wir Nahrung jede Menge haben. Und dass du ein bisschen besser die Dinge verstehst. Die Steuerung. So, die Sonne ist hier. Wir können noch ein bisschen... Sollen wir noch irgendwie Essen herstellen oder irgendwas? Ja, jetzt noch nicht. Wie viele Eier haben wir? Weiß ich noch. Äh, fünf Stück. Hier in der Truhe da. Schau mal, wie im Hühnerstall welche dran sind. Ja. Nein, keine neuen. Ah, doch, doch. Zwei. Ja, vorsichtig reingehen, aber hinter dir dann die... Wo bist du? Du stehst jetzt schon wieder bei mir im Ding drin, im Haus. Wo bist du, Schatz? Im Hühnerstall? Im Hühnerstall? Nein, du bist für mich im Haus. Ich kann die Tür nicht... Ich kann die Tür nicht auf und zu machen. Guck mal... Lauf mal zurück. Ja, ich komme aus dem Stall nicht raus. Weil, äh, die Tür gleich immer wieder zu geht. Du bist ja auch nicht im Stall. Jetzt auch. Du stehst bei mir im Haus. So. So, man Leute, wenn ihr das seht und wisst woran das liegt, dann bitte Bescheid sagen. Oder ist das ein Bug? Schau, jetzt bin ich wieder neu connected. Ja, jetzt sehe ich dich auch wieder. Ja, dann schauen wir mal, was wir hier alle so finden. Bäume abgehauen. Wir brauchen halt jede Menge Eisen, damit wir mal Rüstungen bauen können und so. Mhm. Äh, wo willst du hinlaufen jetzt? Und das Fleisch brauchen wir. Ja, bleib du in der Nähe von der Hütte und baue... Ich. Irgendwie was ab. Oder wenn Holz... Ja, ich schau mal, ob ihr irgendwo Holz findet. Ja, ja. Da ist schon eins, was wir anbaut haben. Ja, ich schau jetzt mal... Und auch die Angel ist jetzt... Obwohl, warte mal, die Angel, die müsste ja eigentlich noch... in der Kiste sein. So schnell noch ein paar Fische angeln. Und was man... Was ich noch machen muss, ist... Holzkohle bisschen herstellen. Und wieder Bäume pflanzen. So. Ja. Ja, die Angel ist da. Cool. Wenn Fische fangen. Cool. So, was gibt's denn für einen Trick, wenn man ganz hoch will, auf die Bäume? Ja, ich baue halt immer mich mit Erde erstmal hoch. Okay. Ja. Ja. Am sinnvollsten, ne? So, dann bau ich mir mal die Erde ab. So, mal schauen wir auf, wie das auch kaputt gegangen. Okay. Ich hab wieder keine gegeben. Ja. 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 Ach doch, zwei neue. Hab ja. Stimmt. Okay. So, jetzt muss ich mal mit Erdl hochbauen Na toll Geht es, dass ich unter mir einen Stein lege? Warte, schau gleich Ich hätte den großen Baum gar nicht angefangen abzubauen Dann hätte ich lassen und später vielleicht mal irgendwas anderes draus machen Ich meine, irgendwie will das Angeln nicht gescheit Warum? Weiß nicht, beißt nix an Du kriegst nix sagen Zwei Stück erst Jetzt wird es eh schon gleich duster Wo bist du? Ähm, denkst hier am Holzfeld? Ja, kommt dann langsam zurück Wird nämlich dunkel Okay Ich muss mir das so schnell mitnehmen hier Ich will ja, dass der wieder neue Dings, neu wächst Und ich hab grad gehört, dass die Hühnereier fallen lassen Ach, jetzt ist eine Abkommen Na egal Dann haben wir wenigstens Fleisch So, drei Eier Ach, die ersten Dings sind da Die ersten Viecher Kommst du? Oh mein Gott, ja Da muss ich aber jetzt echt schnell zurück Äh, Scheiße Ah, da runter Das ganze Eisen haben wir verloren Ich hab 24 Eisen gehabt Und die Kohle müssen wir erstmal Holz bisschen machen Und Holzkohle machen lassen So, komm in die Haier Ja Okay Lass das Holz erstmal verbrennen, was ich da rein hab Ja, ich tue meins auch noch dazu So, ich muss jetzt erstmal So So Was haben wir denn Gut Gut Gut, ein Ei Ja, dann mal schauen Ich brauch noch ein paar Fische Ich glaub ich mach mal ein bisschen Die Optik von dem Sand anders Die Optik von dem Wasser Dass da außenrum wieder Sand ist komplett Nö, lass doch so Sieht blöd aus Nö, lass doch jetzt einfach so Lass mal Wir bleiben ja nicht hier Wir Ich möchte eh noch was anderes bauen Dann schauen wir was wir da so haben So Mal schauen was wir eigentlich über dem Hügel da haben Da waren wir noch gar nicht Schaut gehabt Mal da irgendwie Kohle packen Nö Mal da irgendwie Kohle packen Nö Geile riesen Hügel da Hier Voll cool Ich komme Ah, hier sind Äpfel Und Setzlinge Nicht gleich wieder Hier sitzen Schon im Abstand Nö, da gibt es schon super Gegenden Wom wirklich geil was bauen können Ich komme wieder zurück Ups Da komme ich nicht zurück Hast du den Baum eigentlich ganz abgerotzt gehabt? Nein So dann mach das mal Abgerotzt Und auch die Erddinger dann wieder wegmachen Ja Irgendwie will ich gar nicht noch mal in eine Höhle rein Aber es bringt ja nix Muss man ja Ja was wirst du eigentlich bauen? Oder was soll ich eigentlich bauen? Ja ich fände schon ähm Eigentlich so ja ultimative Strandvilla halt Einfach mit allem was dazugehört Wir sind hier in Minecraft und nicht in Miami Wo das Antropé oder so Ja schon irgendwas am Wasser Ich stehe halt einfach auf Wasser Also nicht so einen kleinen Tümpel Sondern schon irgendwie am besten am Strand Das wäre geil Okay Da ist das Meer auch hier in der Nähe irgendwo Ja doch ich habe es gerade gesehen Habe ich gesehen Mit einer schönen Bucht und so Okay also vom Style her weiß ich eh nicht ob wir das so umsetzen können Aber Lust hätte ich eigentlich aus Ähm Auf eine fette Luxusvilla die aber Also mit ganz viel Glas und so Ähm Und die aber oben So zuläuft dass es ausschaut Als hetzt Irgendwelche äh Burgtürme Also quasi so Mischung aus moderner Architektur und Mittelalter Irgendwie halt Weil ich glaube das gab es noch nicht so Normalerweise hat man sich hier mal in die Standard Stilrichtungen gehalten Aber ich würde gerne so ein Mix bauen irgendwie Aber es soll halt dann auch geil ausschauen Also nicht irgendwie Mal schauen was wir hinkriegen Ja Das weiß ich jetzt noch nicht wie wir das so umsetzen können Aber das stelle ich mir grad so vor Ja Mal gucken Mal gucken Wir müssen erstmal Sachen Zaun farmen Und aber was auf jeden Fall ein Muss ist Ist ne fette Terrasse Bock auf ne ganz fette Terrasse Was stellst du dir vor? Ich weiß man nicht Ich baue einfach immer drauf los und dann sehe was rauskommt Also planlos quasi Ne planlos net Wir können auch einfach mal die Zuschauer fragen Die können uns Anregungen geben In den Kommentaren Also wir haben jetzt gesagt auf was wir Lust haben Oder besser gesagt was ich mir vorstelle Aber Ja Ja Können wir ja Es ist ja ein Let's play together Und dann kann man sich ja einbringen Okay Gut Ja dann frag mal die Zuschauer Oder Jo Na dann frag sie So wie weit bist du denn mit dem Baum? Mann 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 Ja es ist noch nicht ganz weg irgendwie Also das heißt es kommt noch kein Also im jetzigen Stadium kommt noch kein Baum nach Nein Weil oben in der Krone noch zu viel Holz hängt Das muss eigentlich runterfallen Wird das schon wieder dunkel oder was? Ich habe keine Spitzhacke mehr Ne das alles wende Ah doch Ja dann schauen wir mal Okay dann gehen wir eins da hoch Boah das passt immer noch nicht verdammt Ja genau Ja genau Das weiß ich auch noch Das ist manchmal mit dem Ding halt abfällt Die Geräusche sind jetzt ganz anders seit ein Update Oh Habe ich die geschlagen? Ja Guck schon Ist da PvP an oder was? Das ist ja kacke Man kann sie gegenseitig schlagen Hast du dir eben verloren? Oh Mann Ja Wie gewalttätig Minecraft ist Muss ich Angst vor meinem eigenen Mann haben Wo kann man da hin? Sacken erschlagen Ja So jetzt haben wir da hinten noch Scheiß zwei so Dinger Ja Sack Was zwei so Dinger? Was meinst du? Ja zurück machen Ich guck mal auf Ich guck mal schnell Ja Vom Bäumchen? Ja Ich sehe nur wie du dir eine Brücke baust So jetzt fällst 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 Ich sehe dich selber überhaupt nicht Ja Na dann machen wir mal Das Ding hier weg Das Erdenzeug hier Dass das hier dann nach was ausschaut Ja Und wieder ein Haufen Sepplinge getroppt Das ist schön So So lassen wir es Genau So Apropos Sepplinge Müsst jetzt mal Schauen Ja momentan brauch ich jetzt nichts Nichts anpflanzen Einfach jetzt mal Wohl da mal nach oben hin Und da Und das reicht dann schon vor Warum? Das reicht dann schon vor Nicht so hart Dass wir noch ein bisschen Überblick haben Weil je dunkler das es dann ist desto mehr spawnen die Viecher drunter Ach da sind Äpfel auf dem Baum Cool Komm runter Die fahren dann nachher bestimmt So jetzt einfach mal ein bisschen grass zusammen rupfen Mal gucken Dass wir mal ein bisschen Getreide anbauen können Ich was brauche man Ah ok Dafür ist es gerade da Gern die lassen wir uns zusammen Gut Na gut Weiß ich das auch Mann wie lang ist das so her dass ich Minecraft kann Dann weiß gar nichts mehr Zu lang Befürchtet was Ja Halb ich dazu was Ja Und da haben wir nur noch mal unsere XXL Projekte gemacht Kann man ja hier auch machen gleich wenns die Leute wollen Dann machen wir eben so die Projekte Ja So ist jetzt schon wieder dunkel Wird schon auch bocken Wird schon wieder Nacht Verdammte Scheiße Hey Das war jetzt grad cool bei dem Huhn Bei mir schlagen noch ein Ei geschissen Nee Ja Das war jetzt angstreich Ja So Gut dann gehen wir mal Wieder Back In die Hütte Es wird nämlich Nacht Wo bist du? Gut In der Hütte In der Küche oder? Richtig Ja genau Mal alleine habe ich aber noch nicht angelegt Pass mal auf Ich hab nicht jetzt ein bisschen was wo man Äh Äh Vierzehn Fische Doch so viel waren Wow So da legen wir uns erstmal hin in die Haier Mei Das wird mir schon bevor man nicht lachen soll Guten Morgen So was haben wir jetzt So was haben wir jetzt Äh da das noch Genau Da haben wir Elf Stück Ich würde sagen Du ich würde sagen wir sind schon wieder in der Truhe Voll mit Erde voll gespammt Kann man das Kann man uns davon mal ein bisschen verabschieden Verarbeiten wir mal den Dreck hier Weiß ich nicht Weiß ich nicht Aber was macht einer in der Truhe schon Was braucht man denn überhaupt Oder muss decken man denn Wollte ich nicht Wollte ich nicht Vielleicht irgendwann nochmal für Terraforming brauchen Irgendwann mal So Alles klar Äh Hier haben wir Das Was hast du vor Mal anders aufschauen Wo machen wir jetzt das hin Ich möchte jetzt nur ein kleines Feld schon mal anlegen Ach Brauchen wir doch eigentlich gar nicht hier Okay Sondern am Wasser dann wegs nicht Du Was halt ich davon Wenn wir uns jetzt Ähm Jetzt nochmal ein bisschen auf die Jagd gehen Ein bisschen Essen besorgen Und dann nach einem tollen Fixen Festen Platz suchen Wo wir dann unsere Bilder Ja aber Wie gesagt Es ist halt besser Wenn wir jetzt von vornherein erstmal Unser Zeug zusammenfarmen Und Auch Von Nahrung Weil da kann man nämlich Stück für Stück schön bauen Ohne dass uns dauernd das Zeug ausgeht So Und hier wächst jetzt erstmal ein bisschen Getreide So Und jetzt machen wir erstmal Kurz